Hi Leute, ich habe hier einen neuen Server gefunden, den habe ich von meinem Freund bekommen, den ich bei einer Hochzeit kennengelernt habe. Jedenfalls mit dem werde ich auch noch aufnehmen, keine Sorge. Aber ich habe hier das neue Spielmodus, der interessiert mich gerade. Der nennt sich GTA. Achso, in 4 Minuten oder Sekunden. Wahrscheinlich muss ich das jetzt beschützen. Ich habe das noch nie gespielt, falls mir jemand helfen kann. Loopcrats. Jedenfalls, ich habe gerade am Anfang gespielt, ich habe hier 2 Millionen, das ist einfach nur die Tagesbelohnung, die man kriegt. Ich werde jetzt looten. Ich muss ihn jetzt mal anziehen. Okay. Wo ist der rechts? Oh, das ist geil. Das ist geil. So was hätte ich nicht gerechnet, dass es so was gibt. Ey, so kann ich zielen. Oh mein Gott. Dieses Spielmodus ist schon geil. Falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst einen Like da. Das heißt, das seht ihr jetzt, Grand Tuffer. Das ist jedenfalls irgendwas von GTA. Das ist GTA einfach nur. Und ich warte jetzt hier, bis diese Truhe offen ist. Jedenfalls mit meinem Freund, mit dem werde ich, keine Sorge, mit dem werde ich noch richtig viel aufnehmen. Wieso das Survival-Projekt jetzt erstmal eingehalten ist. Ich habe gerade ein Problem mit Connor und so alles. Das ist jedenfalls, ist jetzt nicht ein Problem. Wir werden gleich vertragen, vielleicht noch nicht. Wir sehen es noch. Mit dieser ERP, weißt du, ich habe auch ein Problem mit ihm. Weil die wollten meinen Server raiden. Ich meine es jetzt. Und das kann. Ich weiß, ich gucke mir selbst gerne Raids an, aber nur bei Leuten, die es verdient haben. Wie zum Beispiel bei Sky. Ich glaube, der heißt so Sky. Die Leute, die so immer ausrasten, beleidigen, die einen Dator sind, die verstehe ich, wenn man die raidet. Die haben es nicht anders verdient. Aber, ich habe es nicht verdient. Also, keine Ahnung. Jedenfalls, ich weiß gar nicht, ob ich diese Chest überhaupt bluten soll. Ist mir jetzt egal. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin war. Ich bleibe hier sneakend. Ich werde ja sehen, wenn die geöffnet wird. Wenn nicht, dann gehe ich einfach rum. Hier gibt es anscheinend Sterne. Wahrscheinlich, wenn man einen killt, dann gibt man so einen Stern. Ich schätze es mal. Ich weiß gar nicht, ob es effektiver ist, rumzugehen und noch mit Chests zu öffnen. Jedenfalls kommt hier keiner. Das hier ist irgendwie beängstigend. Das hier gar keiner kommt. Ich weiß nicht, versteckt mich so, Hittersohn. Hier ist jedenfalls meine Chest. War da einer? Nein, ich bin jetzt hier mittlerweile paranoid geworden. Komm schon. Nur noch eine Minute. Ich glaube, ich sollte weiter sneakend hier sein. Weil ich darf nicht so viele Karotten verschwenden. Ich habe nämlich nicht unendlich Essen anscheinend. Lootcrate. Okay, dann muss ich gleich gehen. Ich loote die und dann gucke ich mal, was da drin ist. Ich glaube, hier kann man noch sogar zu zweit. Ich sehe einen. Ich lasse zu ihm hingehen und die töten. Ich habe ihn getötet. Oh, geil. Ich habe sogar Geld dafür bekommen. Gut, er kann weg. Dieses Spiel ist gar nicht... Dieser Modus ist gar nicht mal so schlecht. Pistol Samson. Oh, die hat keine Munition mehr. Hat auch keine Munition mehr. Hat auch keine Munition mehr. Und ich habe auch keine Munition. Smartphone. Westensanst. Die Samson. Pvp. Tegas. Der einfach alles auf mich geballert hat. Und ich ihn trotzdem noch getötet habe. Deswegen nenne ich das... So könnte ich mir... Also die Leons. Ich nenne ja die Steves Leons. Mein Freund spielt GTA. So könnte ich mir meinen Freund vorstellen. Der GTA hat sofort getötet und ballert einfach nur drauf. Und ich weiß jetzt nicht, wofür diese Truhen sind. Und ich weiß jetzt nicht, wofür diese Truhen sind. Ich weiß jetzt nicht, wofür diese Truhen sind. Aber ich sollte nicht springen. Ich fühle mich zwar sowieso langsam, aber nur springen, wenn da einer wegrennt, falls einer da kommt. Und ich weiß jetzt nicht, wofür diese Truhen sind. Tschüss. Im Zickzack rennen. Im Zickzack. Im Zickzack. Wow. Bin gleich tot. Nein. Schade. Aber der Spielmood ist schon geil. Ich finde den gar nicht mal so schlimm. Ist wirklich gut. Aber okay. Okay. Gibt es hier sowas wie einen Shop? Da. Da ist ein Shop. Okay. Das ist die... Bye. 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 So, jetzt habe ich mir ein paar Pistels. Okay. Das hier ist eine... Eine Samson hole ich mir mal. Und das ist hier Piste. Oh, das kostet aber viel. Okay. Nightstick brauche ich nicht. Stuntgun. Okay. Was gibt es denn hier? Heavy Sniper. Aber die kostet... Pfff... 95... 900... 9500. Ich habe nur 500 Euro. Fuck. 400 Euro könnte ich mir leisten. Shotgun... Selber. Soll ich mir... eine Shotgun... holen? Das sind 500.000. Dann könnte ich mir noch... 40. Okay. Lass mal ein bisschen kämpfen. Es macht Spaß. So. Okay. 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 Dann... Lass mal zunächst eine Runde gehen. Okay. Taxi. Hallo. Hallo. Hab ich nicht genug Geld? Da gehe ich mal zur Bank. Hi, Bank. Hallo. BTM. Nee, was kann ich denn hier machen? Kann ich keinen Taxifahrer nehmen? Das wundert mich jetzt. Was soll ich denn hier machen? Okay. Achso. Hier muss ich wahrscheinlich... Ah, warte. Ah, hier kann ich die rein tun. Ich glaube, die Samson mache ich erstmal rein. Ja. Okay. Die Piste, die Piste, die brauche ich aber noch. Ich bin hier gestorben. Fuck, ich habe keine... Ich habe mir vergessen. Ich bin hier gestorben. Was heißt? Ich habe keine Piste. Äh... Aufmerksamkeit. Armor Punch. Drop. Zack, 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 zack. Hallo? Amor. Kann ich die da nicht Rein, Tug, Amor Oh Wahrscheinlich kann ich die nur droppen Shotgun Die nehme ich dann mal mit Und hol mir jetzt ne Auto Ich kann mir kein Taxi holen Aber ich verstehe nicht wieso Oh, fuck Ey, nee, das wollte ich nicht Das wollte ich nicht Back Taxi-Server Oh, nee Fuck Tja Okay Was ist jetzt gerade passiert, das weiß ich jetzt Taxi Ich weiß nicht wieso Bounties Ach so Back Da habe ich die schon Back Könnte ich mir leisten Ich habe meine Game Create Marken Ah, brauche ich doch nicht Ja gut Kids Starter Kids Okay, das ist umsonst Kid Dann brauche ich doch nicht mehr So, Piste Hä, was ist jetzt passiert? Oh, da Okay, Granate Okay Jetzt soll ich aber jetzt Ah, ich glaube, ich habe nicht genug Bank 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 Ich zeige jetzt erstmal, wie das so funktioniert Ich glaube, ich brauche nur Erstmal nur 500 holen Ich sollte ein bisschen in die Bank reintun Ich glaube, ich werde jetzt ein bisschen farmen Taxi Hä Ich bin so dumm Okay Ich rufe jetzt in den Forest wieder Forest Das werde ich alles wahrscheinlich rausschneiden Aber das ist ja was cool Ich muss wirklich sagen Ich glaube, ich werde öfters bei dem aufnehmen Ich finde, das macht voll Spaß Die Pisse ist aber auch geil Es lohnt sich, ey Ich empfehle euch Versuche lieber welche zu töten Das lohnt sich eher Kann man eigentlich auch lieben Return to spawn Ja, das geht Ah, da muss ich einen killen Und mich dann wahrscheinlich returnen Und das alles save Ich verstehe Aha In die Stadt gehe ich mal nicht Ich gucke mal, ob es hier irgendwelche gibt Die gegner, die ich auch Wow Da, verrückt Wow Fuck Man Die haben aber zu zweit Oh, das ist echt mies von denen Oder? Ich glaube, die haben zu zweit Schade Mann Das ist mies Was ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Äh My Kids Achso Erst in zwei Minuten Oh Gott Das habe ich aber immer noch meine Ah, die Arme behalte ich Okay, das ist gut zu festen Okay Das war es nochmal für die erste Folge GTA Kann ich das dazu sagen Ich sage einfach GTA Minecraft Jedenfalls Ich hoffe, ihr wollt mehr davon sehen Mir macht es jedenfalls Spaß Ob es euch Spaß macht, könnt ihr entscheiden Sagt mir dann Lasst Like da, falls es euch Spaß gemacht hat Und abonniert den Kanal, um mich zu unterstützen Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Tschüss